Ja, so, mal gucken, was hier abgeht. Party! Party hart! Alle noch recht weit weg. Und recht viele eigentlich da. Die wollen alle noch ihre Kills voll machen. Mhm. Ah, das sehe ich jetzt schon, dass wir da nicht durchkommen. Oh man, das wird zu heftig. Ist doch egal. Hier, wir gehen mal auf diesen Afri los da, wa? Hä, Afri, Afri, ich sehe Futura nur. Der Afri ist unter dir. Der ist auch näher dran. Ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht. A-P-R-I-H-U. Apri-H-U. 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 Ja, Apri halt. Äh, ja, den kenne ich wiederum. Völlig wurscht, der heißt. Oh, wir müssen das wissen, auf wen wir schießen. Danach? 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 D-Data? Ja, 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 Data, Data. Äh, ich glaube, ich werde hier wieder schnell sterben. Ein Träger hat mich im Visier. Schweinerei, sowas. Also Data ist jetzt auch tot. Ja, ich auch. Hoffentlich vergesse ich diesmal nicht mehr einen Scanner auszubauen. Wie, Ines ist schon am rennen? Ja, ich renne mal. Das bedeutet nix gutes, wenn Ines am rennen ist. Aber Ines, nie immer weglaufen. Kämpfen bis in den Tod hinein. Der heilige Tod. Schau mal, wie viele das sind. Ja, und? Ich geh jetzt auch drauf. Also gleich. Bring raus, Creature. Spring raus. Köst doch nischt. Außer ein bisschen Titan. Aufgeschissen aufs Titan. Nee, ich hab jetzt Gefahr. Ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr anders überlegen. Achso, es lohnt sich also nicht mehr zurück zu springen oder was? Gar keinen Fall. Ich guck mal, ob ich hier noch einen Angeschlagenen finde. Ah, ja. Ach, komm. Auf Kato los. Hm. Na gut. Ich bin daaa. Ach, das ist ja. Gehen wir gleich auf die Wachplattform. Na ja. Könnt ihr ruhig machen. Ich steh nur da. Jajak mal raus. Jajak. Ja, aber zascha ich dir hier. Andromeda fällt um die Raketen ab. Einfach auf mich. oi 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 wow so weit schießt die kleine platte da 1500 oder so war mindestens würde ich denken hier ist auf den op oder die andere platte noch die andere platte 350 ap wie soll ich in die rumzuschießen das macht schon das schaust schon ich habe nur ein artem ist dabei auf 10 also ganz vergessen so schießt die wachter von auf mich ich kann mich in die rakete herr mit einer rakete Die Raketen stecken hier einige rein. Ines, Platte ist so gut wie weg. Okay, jetzt auf die Buie. Jetzt auf die Buie ab, okay. Die Buie ist weg. Ach, da ist doch. Meine Buie. Oh, das ist ein Spieler. Ja, ein Jäger, ein 28er. Rosage ist hier. Da kommen Leute reingesprungen. Ja, wir müssen ganz schnell die Buie wegfahren. Bevor der erste Träger reingesprungen kommt. Ja. Oh, 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 mein Target. Detail ist hier. Im Träger oder im Liner? Im Liner. Na ja. Idiot. Das ist ein Jäger 4. Alter. Okay, wir können hier vergessen. Alter Scheiße. Deck von mir. Und Futurit. Ich spring raus. Das nächste Mal als erstes, die Buie. Weg nuken. Oh, dann Stealth mitnehmen. Komm schon, die kommen jetzt mit zwei Trägern. Vielleicht kommen wir gleich mit sechs Trägern. Da ist ein Zutat. Äh, ein Dreikläger. Ja, na klar, Alter. Was ist denn hier los? Wie schlecht sind denn die Wichser da? Das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Haben sie echt so Angst vor uns, ja? Ich vermute, die haben sonst nichts zu tun. Hau, wie los. Hängen 24-7 in so einem Spiel raus. Ja, hau mich doch raus. Ja. Ja, hau mich doch raus. Ja, hau mich doch raus. Ja. Ja, hau mich doch raus.